Hatte nichts entgegenzusetzen. Mit diesem Ergebnis ist man sogar noch gut bedient. Was nehmen wir aus dieser Partie mit, Hansi? Da bin ich mir ziemlich sicher. Das gibt eine Videoanalyse und dann wird der Trainer seine Innenverteidigung fragen. Sagt mal Jungs, was habt ihr da eigentlich gemacht? Habt ihr gedacht, das ist der Tag der offenen Tür? Die Fans gehen schon nach Hause, wir gleich auch, aber bevor es soweit ist, noch ein recht herzliches Dankeschön an Hansi Küpper. Immer wieder gern, Marco. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018